Hallo Abonnenten, Zuschauer, Freunde der Eisenbahn! Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder ein H0, H0E Rückblick auf das Jahr, was so alles passiert ist. Und dieses Jahr ist eine Menge passiert. Von Bäumen pflanzen, Büsche, Sträucher, Begrasen, Gleise schottern, Car-System-Umbauten, LPK-Bau da drüben. Das war ja davor ein, naja, sagen wir mal, da stand nur ein Feuerwehrgebäude. Jetzt steht eine ganze LPG. Ich zeige mal kurz. Das ganze Gelände wurde ja komplett umgebaut. Das hier hinten kam dann ran. Alle Gleise wurden hier geschottert. H0E, H0. Das Drei-Schienengleis auch schon teilweise. Hier sowieso. Büsche und Begrasung kamen dazu. Und hier das ganze LPG-Gelände. Dann hatten wir noch Car-System-Umbauten. Da gibt es alles im Kanal zu sehen. Die Icarus-Busse, der W50. Tja, und so steht die Anlage jetzt da. Im Video sieht man dann vom Anfang des Jahres, wo noch nicht ein Baum und nur eine Grundbegrasung da ist, die Anlage. Und dann, Stück für Stück, wird sie zu dem jetzigen Stand gebracht. Wo dann Bäume, Büsche, alles da ist. Als letzte Neuheit kam dann noch die TT-Anlage hier hoch. Da wurde ja die Pico 83 in TT mit Sound vorgestellt. Auch im Kanal zu sehen. So, im Jahresrückblick gibt es da natürlich auch jede Menge Loks zu sehen. Alle, die dieses Jahr dazugekommen sind. Von der Pico 83 bis zur 118 FDJ vom BW aber. Die noch gar nicht vorgestellt wurden. Aber naja, wir zeigen sie schon mal. Kommt dann nächstes Jahr. So, lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim neuen Video. Verstehen wir uns bei unten im Internet zu sehen. Wir haben die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR